Immer wenn wir uns besorgt, fragen, wer rettet uns, wer schützt uns, dann ist die Antwort, oder doch meistens, Ursula von der Leyen, unsere Ministerin für besondere Aufgaben. Zum Beispiel vor E-Mail-Stress. Die Rechtschreibung ist ja schon aufgehoben. Wir wollen jetzt vor der von der Leyen regeln, wann der Arbeitnehmer verfügbar sein muss und wann er sich nicht um Mails vom Chef zu kommen braucht. Und zwar will sie nicht nur irgendwelche Regeln, sondern klar, klare Regeln. Da sind wir alle so froh, dass es zwischen den Sozialpartnern wieder menschlich zugeht. Wenn der Chef nicht mailen darf, kommt er wieder persönlich vorbei. Morgen geht's weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017